Wir sind hier gerade am Heimweg. Jo Freunde, Grüße vom Kölner Dom hier hinter mir. Dein Ernst? Dein Ernst? Ist dein Ernst? Chino! Dankeschön! Jo Freunde, wir sind hier gerade am Heimweg hier. Wir haben hier den besten YouTuber der Welt getroffen. Jetzt denken sie alle, du bist ein YouTuber-Star. Wenn ich hier dich film. So, also Fazit der Video-Days auf jeden Fall mal. Steinge Kontrolle. Beste Auftritt, beste Songs waren Lochis, ganz ehrlich. Am meisten gejubelt haben wir sie beim Dana. Dagi Bee. Ja, also... Sind wir bei dir? Ja, bei mir auch. No. So, wir fahren jetzt heim, wie ihr seht. Wir melden uns dann irgendwann an der Rückfahrt noch. Bis dann! Jo Freunde, Grüße vom Kölner Dom hier hinter mir. Video-Day ist jetzt mal wieder der Kölner Dom. Das gehört auch schon zum Ritual hier. Mein Lieblingsdom. Ja. Tamara ist wieder glücklich. Hast du noch einen Kölscher Spruch auf Lager? Muss ich mir noch überlegen. Sorry Freunde, mein Display klappt immer zu. So, hast du einen Kölscher Spruch auf Lager? Nee, du? Überleg doch mal. Eben, der fadische. Möööö... Das ist der fadische. Ich muss weiter überlegen. Ich meld mich nachher nochmal. Ich hab mir noch so ein cooles Brendel ergardert von der Security. Für die. Aber jetzt mal ehrlich, die YouTube Kids, die wir so kauf abfahren, die haben schon alle eins an der Waffel, gell? Warum? Seht mal doch. Das hat sie gesagt, nicht ich. Wo waren noch mal die Gunnsparen? So, rechts. Ich bin sexy. So, ich meld mich nachher zurück. Yo, Servus, Freunde. Ah, Moment. Äh, ein bisschen dunkel. So, bitte. Wie geht denn das Licht an? Ah, da. Servus, Freunde. Ja, wir sind immer noch gleich angezogen. Weil wir sind auch noch nicht zu Hause, wir sind immer noch auf dem Heimweg. Die Tamara hat von gestern noch vor wieder eine Stunde geschlafen. Ich glaube ich noch gar nicht irgendwie. So kommt es mir auf jeden Fall vor. Wir haben jetzt 22.17 Uhr auf dem Tarot. Und Tamara, du musst hier nach der Gradzahl fahren. Weißt du ja, wieviel ich gesagt hast? 23 Grad. Ja. Also ich bin ein bisschen enttäusch von dem Vito, der ist irgendwie. Weiß nicht. Ich finde die sind alle irgendwie, ja. Ach, das ist abgehört. Ja, ja, Frankfurt, Gott sei Dank. Von der war Frankfurt immer da gestanden. Ich bin froh, wenn wir daheim sind. Ich denke mal circa in eineinhalb Stunden sind wir daheim. Spätestens. Freunde, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt bei meinem aufregenden Tag heute. Spontan Trip nach Köln zu den Videodays. Wir wollten noch auf die Games kommen, wir wollten noch auf das Supertalent. Das war auch in der Nähe. Aber hat alles nicht geklappt. Wir sind einfach im falschen Schlafrhythmus momentan. Und zu wenig Schlaf. Und zu viel Arbeit. Und zu viel Gedanke. Und zu viel Stress. Gell? Ja, also ich hoffe, dass es irgendwann mal auch irgendwie Autogramme geben kann. Oder Leute mit Bildern glücklich machen können oder so. Jetzt gucken wir mal. Oh, 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 oh. Tami gehend, oder? Warum lachst du? Zum Heulereich zu beheutern. Also Freunde, bis dann. Ich hab euch lieb. Da vouzan hoch 190ặcing, oder? Ich hab ja einsteig. Ja, das liegtuerhaft, dort ist nur noch acomplülended. Wie преступieren wir gehen Remote. Ich hab ja, mein Freudenze und Filzess. Ich hab ja gef already 동ir Dieu grounds, der ist mal gewaltig. Ich hab schon mal gemerkt, dass sie in jedem Leben sind formiert. Nein, Pourquoi? 14 Max? Jo, sie schlaft. Wie steigt sie hier rein? Deine Angst! Ist es dein Ernst? Ist es dein Ernst? Deine Ernst? Ist es dein Ernst? Dein Ernst? Deine Ernst? Deine Ernst? Dein Ernst? Ja, Moment,big. Ist das dein Ernst? Ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich. Dein Ernst? So Freunde, jetzt fährt auch mal hier der Mr. Cino. Ich fahr immer nur, er sieht man es nicht, weil du mich nie filmst. Er fährt immer mit, wollte ich sagen. Dein Ernst? Jetzt filmst du mich halt mal. Sein Ernst? Guck mal, hier drück ich gar nicht Gas und ich roll bis zu unserem Haus. Größter Scheiße. Boah, fuck. Das war schuld. Er sucht gerade Gang. Dein Ernst? Freunde, ich wollte heim. So, dann wollte er noch einmal ins Durchfahren. Ja. Nur mal? Dein Ernst? Ja. Okay. Fuck. Dein Ernst? Freunde, dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut. Danke noch. Tschüss. Tschüss. Boah, fertig. Tschüss. bị Vielen Dank.